Argumentation, Originalprüfungsfragen, Heilpraktiker für Psychotherapie, also aus den Originalprüfungen, die gelaufen sind, wollen wir immer wieder verschiedene Multiple-Choice-Argumentationen hier darstellen und uns mit denen beschäftigen. Das ist so eine ganz wichtige Arbeit im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung. Wir haben ja mehrfach Auswahlfragen und wir haben einfach Auswahlfragen, hier haben wir eine einfach Auswahlfrage und gefragt wird, welche Aussage zur schizoiden Persönlichkeitsstörung trifft zu. Es geht also um die schizoide Persönlichkeitsstörung, es geht um den Überbegriff Persönlichkeitsstörung. Hier sind fünf Alternativen gegeben. Die Alternative A, übertriebene Empfindlichkeit bei Rückschlägen und Zurücksetzung. Die Alternative B wäre übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigungen. Die Alternative C, sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressive, auch gewalttätiges Verhalten. Die D, streitsüchtiges und beharrliches Situationsunangemessenes Bestehen auf eigenen Rechten. Und schließlich die Alternative E, übermäßige Pädanterie und Befolgung von Konventionen. Fünf Auswahlen, nur eine kann richtig sein. Welche Aussage zur schizoiden Persönlichkeitsstörung trifft zu. Wenn wir mal diese Argumentation vornehmen, das ist ja eine wichtige Recherchearbeit bei den Multiple-Choice-Fragen. Man kann aus Multiple-Choice-Fragen sehr viel Potenzial schöpfen, sehr viel Recherchearbeit leisten und damit sehr viel lernen. In denen man sie auseinander nimmt und eben auf die Art und Weise kommentiert, wie das beispielsweise auch im Gegenstandskatalog 3, medizinische Staatsexamen Psychiatrie, geschieht. Da ist also der dritte Teil, der ausgewiesene Kommentarteil, der Argumentationsteil, der viel mehr hergibt als zum Beispiel der erste Teil. Das ist so eine Art Kurzlehrbuch der Psychiatrie, was aber auch nicht schlecht ist. Ich favorisiere also diesen GK3-Psychiatrie sehr eben wegen diesem schriftlichen Prüfungsteil der Multiple-Choice-Fragen-Argumentation. Schizoide Persönlichkeitsstörung. Alternative A. Übertriebene Empfindlichkeit bei Rückschlägen und Zurücksetzung. Menschen, die persönlichkeitsgestört sind oder die auch eine gewisse Kränkbarkeit haben oder strukturelle Störung im Rahmen von Kränkbarkeiten haben oder diese Kränkbarkeit im Vordergrund ist, sind Menschen, die immer wieder auch übertrieben sensibel sind, überempfindlich sind und wenn sie Rückschläge und Zurücksetzungen erfahren, darauf sehr zurückgezogen reagieren. Geradezu daran verzweifeln und daran hadern. Die Wirklichkeit ist die, dass wir mit Rückschlägen und Zurücksetzungen im Leben immer wieder klarkommen müssen, dass sie einfach passieren, genauso wie es das Positive gibt auf der anderen Seite und ein einigermaßen robuster und gesunder Mensch mit diesen unterschiedlichen Dingen einfach umgehen kann und sie eben nicht als Kränkbarkeit in sich zeigt. Lassen wir das mal so stehen erstmal, diese übertriebene Empfindlichkeit bei Rückschlägen und Zurücksetzungen. Hier die Alternative B, wie gesagt gefragt ist, die Aussage, welche Aussage trifft zur schizioiden Persönlichkeitsstörung zu? Die Alternative B ist übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigung. Es gibt immer wieder Persönlichkeitsstörungen, einseitige Persönlichkeitsstörungen, die leben damit eben auch durchaus ihr Ding zu machen, einzelgängerisch zu sein, sehr seltsam vielleicht zu sein, sehr sonderbar zu sein in ihrer Art, etwas auf die eigene Art und Weise zu gestalten und sich wenig drum zu scheren, was jetzt andere Menschen denken könnten oder was sie davon halten, sondern die Betreffenden machen das immer wieder in ihrer persönlichen Art und Weise, weil sie von der überzeugt sind, weil sie gemerkt haben, das ist das, was ihnen keine Angst macht und da können sie ihr Leben dann gestalten. Das ist vielleicht sehr exotisch, das ist sehr sonderbar, da sagt man, das ist ein Sonderling zum Beispiel, einzelgängerisch, der erledigt viele Sachen lieber selbst als mit anderen zu erledigen, weil die eben einfach nur in die Quere kommen und weil die Kommunikation immer wieder schwierig ist, weil der oft andere Auffassungen hat, die andere Menschen nicht tragen, die vielleicht eher so eine Standardsituation haben. Und tatsächlich, diese Alternative B, übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigung, ist hier im Vordergrund und typisch für die schizioide Persönlichkeitsstörung. Schizioid bedeutet ja, dass jemand, und generell bedeutet Persönlichkeitsgestört, dass man anhaltende, tiefgreifende Störungen hat bezüglich der Person oder bezüglich eben auch der Verhaltensweisen, Denkmuster, Emotionalen und Bindungsmuster gegenüber anderen Menschen, das ist also generell für Persönlichkeitsstörungen hier eben diese Eigenart, einzelgängerische Beschäftigung, sich zu vereinzeln, sich in seiner eigenen Welt zurechtfinden und die eigene Welt zu vertreten und wenig auf etwas Gemeinsames zu achten. Also ein sehr deutliches Denken hat in Richtung, was man will, was man einfach tatsächlich auch erreichen will, gleichzeitig aber auch ein Berührungsproblem mit anderen Menschen hat, also ein emotionales und damit ein Bindungsproblem hat mit anderen Menschen, zu sagen, wenn die mir zu nahe kommen, wenn Intimität zu stark ist, wenn Emotionalität zu stark ist, dann macht mir das irgendwo Angst. Das sagt derjenige nicht, aber wir können das so erkennen als Begleiter und er wird sich deswegen es in seiner eigenen Welt gut machen, einfach um das ertragen zu können, um nicht ständig einer Welt ausgeliefert zu sein, wo er sich emotional an jemanden binden muss. Weil wie gesagt, die zugrunde liegende Angst ist eben die Angst vor der Emotionalität, vor dem Gefühlschaos, der dann entsteht. Die haben zwar starke Fantasien und das ist wiederum ein Ausgleich in Richtung Gefühle und Schwärmereien und das könnte so sein und so sein, aber wenn es dann zur Realität der Gefühlsaktion kommt, des Gefühlsmiteinanders kommt, dann wird sich die schizoide Persönlichkeit zurückziehen, eher in ihre eigene Welt und einzelgängerisch ihr Ding machen. Oft intellektuell sehr umfassend, sehr besonders in ihrer Argumentation, sehr stark in dieser Art von Rationalität und intellektuelle Einseitigkeit oder kognitive Einseitigkeit, aber wenig in dem gemeinsamen Emotionalen, in dieser gemeinsamen Schwingung mit anderen Menschen. Deswegen diese übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigung. Eine schizoide Persönlichkeit ist gewissermaßen abgespalten von der Bedürfnislage, also von der Bedürfnishaftigkeit in der Emotionalität und dem, was das Leben sonst noch ausmacht, also den Denkmustern der rationalen Argumentationen, intellektuellen Argumentationen, ja, der durchaus kühlen Argumentationen auch in der Hinsicht der sehr stark sachbetonten Argumentationen und weniger dem Emotionalen zugetan, sondern ein Schizoider betrachtet immer wieder etwas von seiner Warte aus und sagt, das berührt mich nicht, weil damit kann ich nichts anfangen. Das ist mir zu gefühlsduselig und ich habe das eher geklärt irgendwo in klaren Kategorien, klaren Denkmustern und Möglichkeiten. Das ist ja das Typische für das Schizoide. Um es nochmal zu sagen, an der Stelle auch ein generelles Merkmal von Persönlichkeitsstörungen sind tief anhaltende, tiefgreifende Störungen eben auf den Gebieten des Denkens, des einseitigen Denkens, also auf dem Gebiet der Kognition, auf dem Gebiet der Emotionen, im Bindungsverhalten zu anderen Menschen und natürlich in der Selbstkontrolle als vierter Komponente. Also da stimmen grundsätzlich Menschen nicht oder die sind nicht koordiniert in diesen vier Faktoren, die funktionieren nicht miteinander und sind eher einseitig in anhaltenden Auffälligkeiten ihres Verhaltens, Denkensgefühls, der Selbstkontrolle und des Bindungsverhaltens, das sie zu anderen Menschen haben. Wenn wir die Alternative C nochmal betrachten, hier auch sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressive, auch gewalttätiges Verhalten. Das ist typisch für die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Wir haben immer wieder Schwerpunkte bei den einzelnen Persönlichkeitsstörungen. Die dissoziale Persönlichkeit hat ein Impulsproblem, also ein Emotionsproblem, Emotionskontrollproblem, damit ein Selbstkontrollproblem. Und wenn sie frustriert wird und ihre Bedürfnisse nicht unmittelbar befriedigt werden, dann neigt sie sehr schnell zu aggressivem Verhalten und auch gewalttätigem Verhalten. Gewalttätig, also in der Gefühlslosigkeit gegenüber dem anderen Menschen, sich nur selber durchzusetzen, weil man sich letztendlich innerlich bedroht fühlt durch den anderen, der einem nicht die Rechnung trägt, also nicht die Befriedigung gibt, die man braucht. Also hole ich mir das quasi als Ersatzhandlung, indem ich gewalttätig und aggressiv bin dieser Person gegenüber. Typisch für die dissoziale Persönlichkeitsstörung, die auch kein oder nur ein sehr eingeschränktes Rechtsbewusstsein hat, die insofern also auch nur eingeschränkt strafmündig ist. Strafe hat ja eben auch die Sühne als Bedingung oder als Hoffnung, als Erwartung zu sagen, ja, jemand sitzt dafür ein oder bekommt eine Strafe, damit er das einsehen kann, damit er einsichtig ist. Und das ist ja durchaus bei Persönlichkeitsstörungen dieser Art sehr beschränkt. Die Alternative D, wenn wir die weiter argumentieren, streitsüchtig ist ein beharrliches, situationsunangemessenes Bestehen auf eigenen Rechten. Streitsüchtig heißt, ich fühle mich nicht verstanden, ich muss mein Recht unbedingt durchsetzen als Persönlichkeit, mir wird Unrecht getan, die Welt ist gegen mich, dieser Mensch, diese Institution, wer auch immer, das Äußere ist gegen mich, also bin ich in diesem Argwohn, in diesem Paranoiden darauf angewiesen, auf meine Rechte zu bestehen und zu beharren und ich kriege mein Recht und ich bekomme mein Recht und ich setze mein Recht durch und ich werde alles Erdenkliche tun, um das zu tun. Insofern bin ich natürlich auch streitsüchtig und beharrlich und werde alle Instanzen und Wege gehen, um diesem vermeintlichen Unrecht, diesem Unrecht, das mir wieder fährt, entgegenzutreten. Typisch für die paranoide Persönlichkeitsstörung. Die auch wohl gemeinteste, noch so freundliche Dinge, diese von anderen Menschen erfährt, als gegen sich gerichtet, spürt und sich entsprechend damit auseinandersetzt und sich wehrt und damit eben diese Problematik, diese tiefgehende Problematik hat. Dann die Alternative E, übermäßige Pädanterie und Befolgung von Konventionen. Das ist die anankastische Persönlichkeitsstörung. Der Anankast macht seine Welt auf eine bestimmte Art und Weise pedantisch, in einer bestimmten Ordnung, in einer vorgegebenen, hochargumentativen Ordnung, weil seine Argumente sind sehr schlüssig und sehr klar irgendwo. Natürlich muss ich eine Ordnung schaffen, eine Struktur schaffen in einer Welt, die ich bewältigen will, wenn ich vollkommen chaotisch vorgehe. Dann hat es natürlich Folgen und dann werde ich Dinge auch nicht bewältigen. Also ist jemand, der sehr pedantisch ist und sehr anankastisch ist, in seiner Konvention sehr einseitig und sagt, nur so funktioniert das, nur auf diese Art und Weise, nur in dieser Struktur. Also mir sind an der Stelle eben auch immer wieder Personen, ja irgendwo seltsam vorkommend, wenn sie sagen, ich brauche Struktur und jedes dritte Wort, jeder dritte Satz heißt Struktur. Die müssen strukturfördernd sein und strukturgebend sein. Die haben Angst einfach auch davor, es könnte keine Struktur da sein. In Wirklichkeit gibt es natürlich natürliche Strukturen, die sehr unterschiedlich gestaltet werden können, aber eben nicht in der Einseitigkeit einer Pedanterie, wie es in Anankast eben verfolgt und sagt, das kann nur so gestaltet und strukturiert werden. Wenn wir nochmal abschließend zur Alternative A gegenüber gehen, übertriebene Empfindlichkeit bei Rückschlägen und Zurücksetzung. Das ist jemand, der sich zurückzieht, das ist jemand, der vielleicht abhängig ist von anderen Personen, der ängstlich ist und der sich nichts zutraut, der Angst eben vor der Minderwertigkeit hat und deswegen sich nichts traut, ängstlich dependent ist. Und das könnte also auf diese Persönlichkeitsstörung weisen. Also nochmal zum Schluss, die Einfachauswahl, Aussage, welche Aussage trifft zur Schizioiden-Persönlichkeitsstörung zu, dann wäre das die Alternative B, die übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigung, weil der Kern der Schizioiden-Störung ist dieses Alleinsein, dieses eigentlich isoliert sein, dieses sich zurechtfinden in der eigenen Welt, aber auch dann sehr dominant sein in der eigenen Welt, in dem eigenbrödlerischen Verhalten, in der Exzentrik, in der Besonderheit eher in intellektueller Hinsicht oder rationaler Hinsicht, weil der Umgang mit Emotionalität und damit mit Bindung problematisch empfunden wird und Angst macht. Die anderen Argumentationen wären an der Stelle gebracht. Wir könnten noch andere Persönlichkeitsstörungen dazu ergänzend erklären, können sagen, wenn wir schon mal bei Persönlichkeitsstörungen sind, dann können wir die anderen eben auch nochmal nennen. Wir kennen Schizotype-Persönlichkeitsstörungen, das wäre noch eine Stufe höher als Schizoid, zwischen Schizophren und Schizoid angesiedelt. Wir haben die paranoide Persönlichkeitsstörung genannt, die anankastische Persönlichkeitsstörung, die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Wir haben andere Emotionale, die histrionische Persönlichkeitsstörungen, die besonders dramatisch sind in ihrem Verhalten, die immer wieder ein großes Drama und Aufsehen um ihre eigene Person machen und auch die Körperlichkeit der eigenen Person machen, die ungewöhnliche körperliche Symptomatiken schildern oder dramatisieren oder in den Vordergrund spielen, die sehr verführerisch sind, die also immer wieder eine große, starke emotionale Problematik haben in dem Drama, das sie veranstalten, in dem Tagesdrama, das vorhanden ist. Wir haben eine andere emotionale Störung, emotional instabile Störung, Borderline-Persönlichkeitsstörung, sehr starke Emotionalität auch, sehr tiefgreifende Bezüge oder Intimität, sehr wichtige, nicht nur oberflächliche Beziehungen, die diese Menschen haben, aber eben auch sehr impulsiv und damit in einer Problematik ihrer Impulskontrolle. Plötzlich kann ein Impuls durchbrechen und es entsteht eine Aggression, ein Zorn, aber eben auch ein Liebesbedürfnis, ein starker emotionaler Bezug, aber im Sinne des Nicht-Ausgleichens. Der Borderliner ist ja, wie der Name schon sagt, immer ein Grenzgänger zwischen Polen, zwischen dem Guten und dem Schlechten oder der Idealisierung und der Entwertung, ist also immer in dieser Polarität Schwarz-Weiß-Malerei, also entweder die Welt ist gut oder schlecht, er sieht also die Grautöne nicht, die Mittelwerte nicht, die natürlich verständlicherweise in einem normalen Leben immer vorhanden sind. Es gibt immer gute Seiten und schlechte Seiten eines Menschen oder der Welt an sich. Da hätten wir nochmal eine emotionale Gruppe, also dissozial, histrionisch, borderline. Dann die ängstlich-dependente Persönlichkeitsstörung, die genannte, die auch problematisch ist, anankastische hatten wir genannt, ja, also diese wichtigen Gruppen von Persönlichkeitsstörungen und wie gesagt, das gemeinsame Merkmal von Persönlichkeitsstörungen ist, anhaltende, auffallende, immer vorhandene Störungen, die wir als Außenstehende als Störung betrachten oder klassifizieren, die jenige Person aber nicht als Störung empfindet, sondern als ihr angemessenes Persönlichkeitsmuster bewertet, in der sie in der Welt lebt und dadurch natürlich eine sehr einseitige Sichtweise der Welt hat oder von sich selbst hat, indem sie ihre Dominanz oder ihr Verhalten als das Wahrhaftige und Wichtige ansieht und entsprechend eine Menge Menschen mit hineinverstrickt in ihre Problematik oder sich eben auch andere Menschen in die Problematik dieser Persönlichkeitsgestörten Menschen verstricken lassen und natürlich dann ein Leidensdruck auf beiden Seiten entsteht, also in dem Miteinander, in den Mitmenschen der Persönlichkeitsgestörten wie auch natürlich in den Persönlichkeitsgestörten selbst. Persönlichkeitsgestörte Menschen dominieren immer wieder sehr, sehr stark. Jeder Gruppentherapeut weiß davon, ein Lied zu singen, dem er sagt, wenn ich einen Persönlichkeitsgestörten drin habe, dann wird er eben in seiner Färbung die Gruppe entsprechend färben und einfärben und in Anspruch nehmen und in diese Verstrickung hineinnehmen. Und hier ist das der Liedsrichtung der Liedsrichtung und in der Räuf die Gruppe der Liedsrichtung und in die Beine die Gruppe der Liedsrichtung Vielen Dank.